... am Arbeitsmarkt. Wir haben in den letzten Wochen eine recht positive Entwicklung gehabt. Seit den Öffnungsschritten, seit dem 19. Mai, ist die Arbeitslosigkeit um 58.000 Personen gesunken. Wir stehen momentan noch immer natürlich leicht über dem Niveau der Arbeitslosigkeit von 2019. Das sind aber nur mehr 16.700 Personen, die mehr arbeitslos sind als damals 2019. Und wir haben im Mai einen Beschäftigungsrekord mit über 3,8 Millionen unselbstständig Beschäftigten erzielen können. Was aber der Unterschied ist, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, und damit kommen wir zum Hauptthema des heutigen Statements, ist, dass es jetzt bei weitem mehr Angebote gibt, auch für Menschen, die arbeitslos geworden sind. Und alle diese Angebote zielen darauf aus, diese zusätzlichen Angebote, Qualifizierungsmaßnahmen zu unterstützen. Wir haben mit dem 1. Juli das Programm Sprungbrett gestartet, das Langzeitarbeitslose wieder eingliedern soll und die Langzeitarbeitslosigkeit substanziell senken soll. Wir haben im Parlament die Ausweitung des Fachkräftestipendiums, zum Beispiel auf die Pflegeassistenz und auf die Elementarpädagogik, glaube ich, zwei ganz wichtige Bereiche, wo es große Mängel gibt. Und wir haben die Corona-Job-Offensive, wo von den 428 Millionen, die für dieses Jahr budgetiert waren, 340 schon in Qualifizierungsmaßnahmen geflossen sind. Über 100.000 Personen sind Teil von solchen Qualifizierungsmaßnahmen gewesen. Dennoch gibt es immer noch in gewissen Bereichen, gerade was die Fachkräfte betrifft, einen Engpass. Und der Umwelt- und Nachhaltigkeitsklimabereich ist so ein Bereich, wo es Engpässe gibt. Und da gibt es ganz spezifische Berufe, ganz spezifische Fachkräfte. Die Montage von Photovoltaikanlagen zum Beispiel, also Elektriker, die spezifisch geschult werden müssen, aber auch viele andere. Die Frau Umweltministerin wird dazu noch einiges sagen. Wo wir ein Beschäftigungspotenzial haben, aber eben nicht die Fachkräfte. Und die Umweltstiftung, die jetzt eingerichtet wird, die unterstützt die Ausbildung von Fachkräften genau in diesem Bereich. Wir sprechen von knapp 17 Millionen Euro. Zwei Drittel davon werden aus dem Arbeitsmarktbudget finanziert. Und das sind zusätzliche Mittel, das ist, glaube ich, ganz wichtig, zum Regelbudget und zusätzlich zur Corona-Job-Offensive. Und ein Drittel der Kosten kommt durch Unternehmensbeiträge zustande. Wir wollen damit Qualifikation im Bereich Umwelt über die Job-Offensive hinaus noch weiter intensivieren. Was heißt das? Die Qualifizierungsmaßnahmen sind auf maximal 24 Monate beschränkt. Und es geht um ausschließlich Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Green Jobs. Wie läuft so eine Ausbildung ab? Wir haben am Anfang natürlich die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die durch das AMS und die Stiftungsträger, die Auflebstiftung erfolgt. Dann gibt es diese Berufsorientierung mit ökologischen Aspekten und die Aus- und Weiterbildung in den Anwendungsfeldern entlang der im Regierungsprogramm vereinbarten Umweltziele. Was ist neu bei dieser Stiftung? Eine starke Praxisorientierung, die Verbindung von Theorieausbildung, die von Berufsschulen zum Beispiel oder Schulungsträgern angeboten wird. Und dann die Praxisausbildung, die beim potenziellen neuen Arbeitgeber, der potenziellen neuen Arbeitgeberin basiert. Und damit können die Betriebe auch schon ganz gut mit möglichen zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern rechnen. Und die Chance, dass hier eine Übernahme erfolgt von der Ausbildung heraus durch die Betriebe, ist sehr hoch. Das wissen wir aus ähnlichen Programmen. Zusätzlich gibt es auch noch eine Verkehrsstiftung. Da geht es vor allem um den Fachkräftemangel im öffentlichen Verkehr. Also ein gutes Beispiel sind die Lokführerinnen und Lokführer, die europaweit gesucht werden. Ist übrigens auch ein Beruf, der in Österreich auf der Mangelberufsliste steht. Und da gibt es nochmal zusätzlich zu den 10 Millionen aus dem Arbeitsbudget in die Umweltstiftung nochmal 10 Millionen aus dem Arbeitsmarktbudget für Umschulungen in diesem Bereich. Wir haben zum Beispiel relativ viele arbeitslose Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer. Das wäre ein Potenzial für den öffentlichen Verkehr. Aber es gibt natürlich auch andere Potenziale. Ich glaube, das unterstützt die generelle Strategie der Bundesregierung in Richtung mehr Qualifizierung. Qualifizierung für Jobs der Zukunft, mehr Sicherheit, bessere Jobs, der entscheidende Punkt. Die Qualifikationsmaßnahmen führen zu besseren und besser bezahlten Jobs. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Frau Bundesministerin, liebe Leonore, für die Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Auch die Symbolik ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir zeigen damit, dass in den Bereichen, wo jetzt auch massiv investiert wird, auch Jobs entstehen. Und wir uns darum bemühen, dass diese Jobs auch durch das Potenzial, das es am Arbeitsmarkt in Österreich gibt, insbesondere durch Arbeitslose, eben aufgefüllt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Klimaschutzministerin Gewessler. Bitteschön. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Arbeitsminister, lieber Martin, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses großartige gemeinsame Projekt präsentieren können. Wir sind am Weg aus einer Pandemie, die unser Jahr lang sehr intensiv gefordert hat. Und für viele Menschen gibt die Impfung eine Perspektive. Mir gibt die Impfung eine Perspektive. Ich habe morgen meinen zweiten Stich. Ich freue mich schon sehr, ich kann es Ihnen sagen. Das gibt Perspektive. Doch die Corona-Krise hat nicht nur enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit gehabt, sondern auch auf die Wirtschaft, auch auf den Arbeitsmarkt. Niemand weiß das besser als Martin Kocher. Viele Menschen mussten um ihren Job bangen, waren in Kurzarbeit, haben vielleicht auch ihren Job verloren. Und genau diese Perspektive am Arbeitsmarkt, diesen guten Weg aus der Corona-Krise, den wir im Gesundheitsbereich gemeistert haben, den machen wir jetzt auch am Weg aus einer schwierigen Situation am Arbeitsmarkt. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir auch hier zusammenarbeiten, zusammenstehen, dann werden wir auch das sehr, sehr gut schaffen. Nämlich nicht nur die Corona-Krise, Arbeitsmarktkrise, sondern auch, und das ist das große Thema auch der Stiftung, die wir heute auf den Weg bringen, die Klimakrise. Denn ich weiß, ich habe es auch in diesem Rahmen schon öfter betont, die Klimakrise hat auch während Corona keine Pause gemacht. Man muss sich nur die irre Berichterstattung der letzten Tage und Wochen anschauen. Die Auswirkungen sind dramatisch weltweit, auch in Österreich. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese drängenden Fragen, vor denen wir jetzt stehen, zusammendenken und auch gemeinsam lösen. Deswegen investieren wir so viel in den Klimaschutz wie nie zuvor. Und diese Investitionen in den Klimaschutz, die sind ein Garant dafür, dass wir im Klimaschutz vorankommen, dass wir auch in Zukunft noch ein gutes Leben haben können. Aber, das ist die gute Nachricht, Sie schaffen zugleich auch klimafitte, zukunftssichere Arbeitsplätze und Jobs, die wir besonders jetzt, gerade in dieser schwierigen Situation, gut brauchen können. Und ich möchte Ihnen zwei Beispiele geben, wie das auch funktioniert. Wir beschließen im Nationalrat, ich mache mich nach diesem Foyer auf den Weg in den Nationalrat, heute das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz. Das ist ein Rieseninvestitionsprogramm in eine zukunftssichere, in eine saubere Energieversorgung, 100 Prozent Ökostrom 2030. Eine Million Dächer bis 2030 mit Photovoltaik. Das ist nicht nur ein Investitionsprogramm, das mit einer Milliarde jährliche Investitionen in Summe über die Zeit 30 Milliarden Euro Investitionen auslösen wird in Österreich, sondern das auch einen richtigen Bedarf an Arbeitsplätzen schaffen wird. Weil wir brauchen die Monteure, die Elektriker, die diese Photovoltaik-Paneele auch aufs Dach bringen. Wir arbeiten parallel am Umstieg von Öl- und Gasheizungen, also alten, dreckigen fossilen Heizsystemen, auf erneuerbare Heizsysteme. Wir fördern das mit Rekordbudget von 750 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren. Die Kesselhersteller in Oberösterreich spüren diese Investition, die sind am Arbeiten. Aber auch hier, das heißt, diese Investition braucht und generiert zusätzlichen Bedarf an Arbeitsplätzen. Weil wir brauchen dann die Installateure, Installateurinnen, die diese Heizkessel dann auch montieren, die den alten Heizkessel rausnehmen und ein neues, sauberes Heizsystem installieren. Das heißt, hinter diesen Zahlen eine Milliarde Euro Investition in die erneuerbare Energie, 7, 750 Millionen Euro in den Heizkessel, da stecken ganz konkrete Menschen. Ganz konkrete Menschen, die ihren Teil dazu beitragen werden, dass wir 2040 klimaneutral sind. Das sind die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, die Techniker, die Installateurinnen. Für sie alle bedeutet das wirklich eine große und eine enorme Chance. Und deswegen freue ich mich so über die Umweltstiftung, denn wir schaffen Perspektive. Wir können hier an die 1.000 Ausbildungsplätze schaffen, gemeinsam mit der Wirtschaft, um Menschen in klimafreundliche, in Zukunftsfitte, in sichere Zukunftsjobs auch ausbilden zu lassen. Und das Interesse ist groß. Viele Betriebe wollen diesen Weg mit uns gehen. Der Herr Arbeitsminister hat schon die Details beschrieben. Es gibt unterschiedlich lange Ausbildungen, je nachdem, welche Qualifizierung vorliegt oder was das Bedürfnis ist auch oder der Bedarf ist. Die Bandbreite an Jobs ist wirklich, wirklich groß. Wie gesagt, von den Elektroinstallateurinnen zu den Photovoltaik-Monteuren und Monteurinnen. Vom Bundesseite werden wir dafür 17 Millionen Euro in die Hand nehmen, um diese Ausbildung der Zukunft gut zu unterstützen. Und wirklich mein besonderer Dank an dieser Stelle auch an die Sozialpartner, die die Träger der Stiftung sind und natürlich auch dem AMS, dass sie die Plätze in dieser Umweltstiftung auch vermitteln werden, damit die Menschen möglichst einfach über schon bekannte Wege zu ihren neuen klimafreundlichen Ausbildungen kommen. Es ist wirklich ein großes und ein gutes Projekt, um Perspektive zu schaffen für die Menschen, aber auch um ein weiterer Schritt, um Österreich klimafit zu machen. Und wir werden damit auch nicht aufhören. Auch das hat Martin Kocher schon erwähnt. Wir wollen in einem weiteren Schritt dann auch den Verkehrsbereich angehen, denn auch im Mobilitätsbereich stehen wir nicht nur vor einem großen Wandel mit einem Rekordausbau, 17,5 Milliarden Euro in die Bahn, in viele weitere ÖFI-Projekte im öffentlichen Verkehr. Auch das generiert einen Bedarf an Jobs. Die Lokführerinnen und Zugbegleiter, Begleiterinnen sind schon erwähnt worden. Wir sehen aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Flugbranche, wo Menschen sich umschulen lassen von der Flugbegleiterin zur Zugbegleiterin sozusagen, weil man einfach hier auch von ihnen in eine zukunftssichere, klimafreundliche Branche umsteigt. Auch hier ist das Potenzial groß und auch das werden wir gemeinsam nutzen. Und ich glaube, wir haben nicht nur eine historische Aufgabe im Klimaschutz, die wir meistern werden, sondern wir haben auch eine historische Chance mit Klimaschutz. Und wenn wir dafür sorgen, dass die Menschen doppelt profitieren, nicht nur von einer gesunden Umwelt, in der man gesund leben kann, sondern auch von zukunftsfähigen, zukunftssicheren Jobs, dann können wir hier wirklich viel gemeinsam erreichen. Mit der Umweltstiftung profitieren zusätzlich tausend Menschen in unserem Land vom Klimaschutz mit einer ganz konkreten Ausbildung für einen zukunftsfitten Arbeitsplatz. Und daher auch mein Dank, lieber Martin Anticht, für die gute Zusammenarbeit und dass wir das heute auf die Reise schicken können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir laden Sie nun, Fragen zu stellen. Erste Frage, ORF, Zeit im Bild. Bitteschön. Eine Verständnisfrage, richtet sich das ausschließlich an arbeitslose Menschen oder ist das auch gedacht für Umsteiger oder sozusagen Weiterbildungsmaßnahmen, wenn man Betrieb zum Beispiel jetzt nicht auf Photovoltaik setzt? Das richtet sich in dem Fall ausschließlich auf arbeitslose Menschen oder eben Menschen, die arbeitslos werden. Und da kann man relativ früh damit starten. Das ist der Fokus. Natürlich gibt es viele andere Möglichkeiten im Laufe des Berufslebens, sich weiterzubilden. Es gibt ja beim AMS auch viele Angebote, die genutzt werden können. Aber die Stiftung ist gedacht für Menschen, die ihre Arbeit verloren haben oder dabei sind, ihre Arbeit zu verlieren. Dann nächste Frage, die Frau Puller, bitte. Mich würde noch interessieren, wann konkret das losgeht mit dieser Umweltstiftung und auch nochmal an die Ministerin in Sachen Evaluierung des ASFINAG-Bauprogramms, weil es da ja die Drohung von rechtlichen Schritten gegeben hat seitens des Wiener Bürgermeisters wegen dem Lobautunnel. Fühlen Sie sich da irgendwie von den Ländern unter Druck gesetzt? Ich starte vielleicht mit der Beantwortung der Frage, die ist ganz einfach. Die Stiftung ist ja existiert, die muss nicht neu gegründet werden. Sie wird jetzt nur befüllt mit Ressourcen und die Ressourcen stehen mit Anfang 2022 zur Verfügung. Bis dahin wird alles vorbereitet. Also das Geld fließt mit Anfang 2022. Ich kann auf diese Frage genauso antworten, wie ich es die letzten Tage schon gemacht habe. Nämlich wir evaluieren das ASFINAG-Bauprogramm. Wir werden diese Evaluierung bis Herbst abgeschlossen haben. Wir haben uns als Bundesregierung sehr konkrete Ziele vorgenommen, nämlich Klimaneutralität 2040. Wir haben ein Thema mit dem Bodenverbrauch in Österreich. Und das Verkehrssystem, so wie wir es heute bauen, bestimmt, wie unser Verkehr, wie unsere Mobilität morgen funktioniert. Und genau das schauen wir uns an. Diese Evaluierung wird bis Herbst abgeschlossen sein. Vielleicht noch ein Kommentar. Ich glaube, was ganz wichtig ist, im Blick zu halten, weil es mich einfach in der Debatte überrascht hat. Klimaschutz ist keine Ideologie. Klimaschutz ist ein Fakt. Und wenn man nach Oberösterreich schaut, nach Niederösterreich schaut und die Schäden dort vor Ort sieht, die Landwirte, Landwirtinnen, die vor den Ruinen ihrer Ernte des heurigen Jas stehen, dann, glaube ich, sieht man das sehr deutlich, dass wir hier auch einen Auftrag haben. Frau Helm von Ö24, bitte schön. Danke, Herr Minister. Eine Frage. In Island hat es ein sehr spannendes Projekt gegeben, nämlich die Vier-Tage-Woche. Man hat nun eine erste Bilanz gezogen und die ist sehr positiv ausgefallen. Was denken Sie, wäre diese Vier-Tage-Woche auch eine Idee für Österreich? Wir schauen uns diese Studien und diese Projekte immer sehr genau an, natürlich. Ich werde mir die Studie auch genau anschauen. Es gibt ja auch zu Frankreich, zur Verkürzung der Arbeitszeit, der Wochenarbeitszeit, viele Studien. Was, glaube ich, wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass Entscheidungen über die Arbeitszeit und über die Organisation von Arbeit vor allem von den Sozialpartnern getroffen werden. Da geht es um Kollektivverträge, da geht es auch um die Frage, wie das genau gestaltet ist. Vier-Tage-Woche ist nicht gleich Vier-Tage-Woche. Also das ist, glaube ich, ganz gut bei den Sozialpartnern aufgehoben, aber als Arbeitsministerium verfolgen wir natürlich solche Entwicklungen immer sehr genau und schauen uns an, wie diese Möglichkeiten auch gewirkt haben. Und ich kenne es nicht in den Details noch, ich habe nur die Medienberichte gelesen. Dann von Servus, die Frau Neuhuber, bitte. In den vergangenen Tagen hat es ein bisschen eine Diskussion gegeben um das Fallen an den Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose. Heute haben Sie jetzt nicht darüber gesprochen, ist das jetzt im Moment wieder vom Tisch oder gibt es da einfach noch nichts Konkretes, was Sie uns da präsentieren können? Da hat sich die Situation ja nicht geändert. Wir haben einfach die Zielvorgabe an das AMS so gestaltet, wie das auch vor der Corona-Krise war. Während der Corona-Krise war natürlich eine Ausnahmesituation, da wurden teilweise die Sanktionsmöglichkeiten, die gesetzlich seit 13 Jahren so existieren, nicht angewandt, konnten nicht angewandt werden und wurden auch zum Teil natürlich auch anders ausgelegt. Das liegt einfach an der anderen Situation. Manche Schulungen konnten nicht durchgeführt werden und wir haben einfach jetzt wieder gesagt, angesichts der Lage am Arbeitsmarkt, dass das, was vor Corona gegolten hat, jetzt wieder gilt. Also es gibt keine Verschärfungen, es gibt keine zusätzlichen Sanktionen, es gibt keine Veränderung der Zumutbarkeitsbestimmungen. Es ist einfach die Wiederherrschung der Lage vor Corona, weil, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil wir es jetzt wirklich sicherstellen können, dass jeder Mensch, der in Österreich arbeitslos geworden ist oder arbeitslos wird, entweder ein Vermittlungsangebot oder mehrere bekommt oder Qualifizierungsangebote bekommt. Wir haben ein so breites Portfolio über die verschiedenen Möglichkeiten jetzt mit der Umweltstiftung und der Verkehrsstiftung wieder zusätzliche Möglichkeiten, dass es für alle Chancen gibt. Und jeder, der in Österreich arbeiten will und vielleicht nicht arbeiten kann, weil es eben im Moment gerade nicht passt, regional oder weil er Betreuungspflichten hat und der Arbeitgeber da keinen Rücksicht nehmen kann, der ist niemals von Sanktionen bedroht. Also es geht darum, dass diejenigen, die gegen Regeln, die es gegeben hat, verstoßen, auch wieder so sanktioniert werden, wie es vor der Corona-Krise der Fall war. Und ich glaube, da sollte man jetzt nicht irgendwelche großen Diskussionen hineinprojizieren über Bestimmungen, die gar nicht anders sind, als sie früher waren. Wenn ich vielleicht nur kurz ergänzen darf, weil ich wirklich unterstreichen mag, die heutige Initiative ist ja genau ein Schritt, glaube ich, in eine sehr, sehr gute Richtung, dass man Menschen, die anders vielleicht jetzt kein Angebot haben, eine Perspektive eröffnet. Und das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe von Arbeitsmarktpolitik, die im besten Fall, so wie wir es heute auch machen, die Zukunftsthemen angeht im Klimaschutz, im Umweltschutz. Und genau darum geht es, Perspektive zu eröffnen und Chancen zu schaffen und auch in Menschen Arbeitsplätze und Arbeitsplatzmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten zu eröffnen. Herr Kimmelswenger von ATV mit der nächsten Frage, bitte. Nochmals Lobau, Frau Ministerin. Dieses Lobau-Projekt, da hatte die Verkehrsstadträtin Simmer einen Vorschlag eingebracht, dass man die Tangente im Gegenzug teils umwidmen könnte, auch für Radfahrer zugänglich machen sollte. Was halten Sie von solchen Vorschlägen oder Abtauschvorschlägen, dass man sagt, dafür werden andere Straßen dann mehr den Radfahrern gewidmet, um dieses Projekt dann doch durchzubringen? Also der eine Prozess, kann man nur wiederholen, ist die Evaluierung des Bauprogramms, die bis Herbst abgeschlossen wird. Ich konnte mit der Kollegin Simmer über den konkreten Vorschlag noch nicht diskutieren. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Schaut nicht so aus, dann sind wir durch. Vielen Dank für den Besuch und für Ihre Fragen und vielen Dank, Frau Bundesministerin und Herr Bundesminister. Dankeschön. Danke sehr. Vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank.